Dass ich so traurig bin, das hab ich gesungen. Bis Klausi, der beste Basketballspieler in unserem Rehabilitationsheim, hoffnungslos Behinderte, in seinem Rollstuhl rangeflitzt kommt und kreischt Feuer. Und mit den Männern, wenn ich daran denke, dann krieg ich Sehnsucht. Und dann tut es mir weh. Wenn ich daran denke, wie wunderschön alles sein könnte. Wenn die Dinge anders sein könnten. Es wäre nämlich alles total schön. Da wirklich, wirklich wunderschön. Und dann würde ich sagen, wie wunderschön alles sein könnte. Und dann würde ich sagen, wie wunderschön alles sein könnte. Ja. Ja. Ich hätte sagen, wie wunderschön alles sein könnte.